Saga Jüthünheim gestartet. Schneewehen Saga. Okay, ja, Jüthünheim. Also es ist quasi wirklich die Fortsetzung. Deine Cam ist manchmal weg. Ja, das ist normal. Die mache ich immer aus in den Filmsequenzen. So wie gerade. Ja, und damit wieder Lohn. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sans Creed Valhalla. Folge 76. Ich habe immer noch ein Rätsel wunderbar offen. Hallo? Ah. Ne. Äh? Weiß. Wofür? Hallo? Ach gut, ne? Also ich meine, warum nicht? Aha. Warum war das jetzt ein Rätsel? Das hier muss ich jetzt wahrscheinlich aber woanders hinnehmen, oder? Achso. Das finde ich dann aber auch wiederum gar nicht mal so kacke, ne? Das hat auch nichts mit Rätseln zu tun. Ja. Oh, wie schön. An alle, die die Aufnahme natürlich gucken. Ich habe gerade wieder nebenbei den Livestream an. Und kriege jetzt hier wieder ein paar Fragen rein. Das dreht sich dann auch wieder über das Let's Play SnowRunner. Ich bin in den ersten Folgen so ausgerastet, weil du Motoren angelassen hast und andere Sachen übersehen hast. Ja, ne? Das ist halt jetzt auch schon eineinhalb Jahre her, ne? Ja. Klar hat man da noch überhaupt gar keinen Plan von dem Game. Heh. Das war dann durchaus, äh, schön. Schöne Sache, ja. Wird noch besser. Ja? Warte noch 300 Folgen und dann wird das auch besser. Ach, cool, ey. Jetzt will ich aber erstmal hier raus, ne? Brauche ich den überhaupt noch? Ja. Ja, ach, die Anfänge. Qualität hat auch gekickt. Wie genau? Ich weiß da gerade nicht, warum es geht. Die Aufnahmequalität? Die müsste doch eigentlich gleich gewesen sein. Was genau war denn da? Ah. Okay. Jetzt haben wir erst die Hülle der Prüfungen abgehakt. Alles klar. Ach so? So. Okay, wie... Hatte ich aber... Inwiefern denn? Weil eigentlich hatte ich doch da auch das große Mikrofon am Start, oder? Da hatte ich ja sogar noch das große Mikrofon. Das war doch... Eigentlich viel... Also nicht viel besser, aber eigentlich schon genauso wie das Headset jetzt. Muss ich selbst nochmal gucken. Ich hab keine Ahnung mehr. Du hast immer über... Ah, okay. Ja, gut. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr so ist. Aber jetzt hab ich auch einen Kompressor dran. Interessant. Okay. Na gut. Naja. Kann man wenigstens sagen, in 500 Folgen hat sich dann technisch dann schon nochmal so ein bisschen was getan. Ja. Was kann man dann sagen? Das kann man dann wohl so sagen. Wenigstens. So. Okay, wir haben es geschafft. Geil. Gibt es hier echt einen Strand? Oho. Boah, mit so richtigen Steinen und so weiter. Das ist schon... Das ist schon ganz geil. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier meine Fähigkeitenpunkte verteilen. Gott, wo gehe ich denn hin? Ich würde ja schon gerne mehr Power haben, ne? Mehr, mehr Schaden. Noch. Ah, nee, nee. Hier waren noch geile Sachen, oder? Aber die haben wir ja alle schon, ne? Mhm. Ah. Auge des Nordens. Du zuckst nicht, wenn du getroffen... ...wirst. Okay. Jetzt habe ich hier noch Fernkampfschaden. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Nehme ich. Verbessert die Beherrschung von leichten Bögen. Boah, komm. Gehen wir mal ein bisschen auf Bogenstärke. Ein paar Opale hier. Ich kann... Ich habe gar nicht so viele Runenplätze, dass ich die alle vergeben kann. Die Pflanzen müssen wir wegbringen. Was habe ich hier? Scrobsch ist hier. Gott, mein Gott. Ja, okay. Das wäre das. Ansonsten... Tiefer hinein. Ja, das wollte ich jetzt machen. Kodex. Gibt es da was Neues? Ah. Ich will das halt jetzt alles mal anklicken. Das ist nicht... Ich lese das jetzt nicht. Das ist mir... ...dann beim besten Willen zu viel. Ah, die Fulke. Die hat ja gerade noch den guten Seagurt. Ha, Loki. Wattentyp, ey. Die schlaueste Person im Raum. Kreativierungen, Gegner. Was hatten wir hier noch? Den Waffenknecht und den Macbeth. Ganz wie du meinst. Bei... Bei Walhalla kann ich dir nicht helfen. Feier Walhalla gerade nicht so. Äh, achso, Assassin. Okay. Ja, nö. Kann ich verstehen. Also, das ist ja immer pure Geschmackssache, weil... Geschmäcker sind eben verschieden. Absolut okay. Ich fand's jetzt auch nicht so am Anfang gerade. Aber irgendwie im Laufe der Spielstunden habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Und jetzt finde ich's irgendwie okay. Aber am Anfang irgendwie die ersten 20, 30 Folgen habe ich auch so gespielt so. Und da habe ich mir gedacht, hm... Ja, soll ich jetzt weiterspielen? Soll ich's lassen? Dann habe ich aber noch mal ein paar Stündchen weitergespielt. Und irgendwie... Hat's dann angefangen, Spaß zu machen. Ich suchte erst No-Runner. Ja, das habe ich mitbekommen. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, ist okay. Naja, gut. Ich meine, No-Runner... Ist ja auch nicht umsonst mein bisher größtes Let's Play. Also, es gibt kein Spiel, wo ich mehr Folgen habe. Mit Abstand nicht. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich auch nur halb so viele Folgen habe. Das spricht ja auch für sich. No-Runner ist ja auch relativ weit oben bei mir in der Liste. Das ist... Kann man sagen. Ich habe ja auch damals schon Spintires ziemlich durchgesuchtet. No-Runner habe ich tatsache verpasst, weil es war ja irgendwie fast das gleiche Spiel. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich mir das jetzt holen? Ja, aber No-Runner sah dann nochmal ein bisschen anders aus. Und da dachte ich, ach, weißt du, dann... Holst du es dir halt, machst du nochmal deine 20, 30 Spielstunden. Ja, denkste. Denkste. Hätte ich nie gedacht, dass das so... ...umfangreich ist. Vielen Dank, Evo. Hier, bitte. Und sei vorsichtig. Dieser Trank wird sich an deinen Lippen wie Eis anfühlen. Und in deinem Leib wie Feuer brennen. Empfohlene Stärke 120. Ich bin 110. Ich denke, das ist okay. Helfe gerade meinen Freunden im Koop. Ja, ist doch schön. Ich hoffe ja persönlich, dass mit Phase 6 die Dings integriert wird. Crossplay über PC, PS4 und so weiter. Dachte auch so an 60 Stunden Game Time. Naja, wurde etwas mehr. Ja, naja. Ja, doch. Also... Da hat SnowRunner ja im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich, deutlich zugelegt. Nacholderbären, Barschkiem, Krallen einer weißen Taube, roter Lehm. Aha. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal gehabt, ne? Kann ich mit dir nochmal sprechen? Nee, ne? Ich kann nur... Koste von dem Asgard-Trank... Koste von dem Trank. Achso. Ja, okay. Das ist noch... Da kann ich wieder ins Alte zurück. Wofür auch immer. Dann speichere ich an dieser Stelle, glaube ich, mal. Und dann gehen wir rin. In die Welt. Und dann gehen wir rin. Ich halte die Frage, ob wir jetzt wieder nach Asgard zurückkehren. Oder ob das jetzt was ganz anderes ist. Ich bin gespannt. Saga Jüthünheim gestartet. Schneeweh in Saga. Okay, ja, Jüthünheim. Also es ist quasi wirklich die Fortsetzung. Deine Cam ist manchmal weg. Ja, das ist normal. Die mache ich immer aus in den Filmsequenzen. So wie gerade. Alter, wie das schon wieder aussieht, ne? Uff. Ich finde es ja schön, wie der Typ die gleichen Sachen anhat. Lange habe ich keinen Fuß mehr in dieses Reich gesetzt. Ich muss die Zauberung der Bote finden. Sie weiß alles, was hier vorgeht. Das war mega gut, Alter. Wir sind ja letztes Mal durch diese Tür gegangen. Und dann war der Traum zu Ende. Und jetzt wachen wir wieder auf quasi und sind genau auf der anderen Seite. Und hier ist Jüthünheim. Finde Angrboda und sprich mit dir. Die Namen sind halt auch schon wieder super. Okay, hier kann ich aufwachen. Das ist sogar auch wieder mit zwei Punkten. Die müssen wir erfahrungsgemäß beide auch besser einsammeln. Ja, gehe ich erstmal da rein. Achso, ja. Ja, es trifft sich besser, ne? Wenn man dann schön die cinematischen Sequenzen hat in solchen Story Games, dann ist es natürlich etwas vorteilhaft, wenn meine Cam dann nicht im Weg ist. Bei SnowRunner gibt es sowas nicht. Wobei, da mache ich ja meine Cam auch aus. Zum Beispiel, wenn die Animationen kommen, dass zum Beispiel eine Brücke aufgebaut wird und so weiter, ne? Oh, ey. Darf ich mal? Hm. Muss ich sagen, dass ich mich hier viel am Platz fühle irgendwie, oder? Sei willkommen, Ase. Die Halle unseres Vaters ist jedermanns Hafen. Ich erinnere mich an einen Kessel hier, den Thor aus Hymirs Halle mitgebracht hatte. Ein Kessel tausend klafft er tief. Tausend klafft damit. Er fehlt mir. Vater verspielte den Kessel bei einer törichten Wette mit Zutthung. Aber wir haben noch das Ale aus unserer Brauerei. Wo ist Ergier jetzt? Er ging nach Rutgard. Er schickte den Kessel zu Zutthung. Aber der kam nie an. Also zog er aus, die Nacht zu gehen. Aber genug davon. Du bist ein Besucher in unserem schönen Land. Und wir kennen all seine Geheimnisse. Stell deine Fragen. Äh, ist wo eine Geheimnis und berichte mir von den Bestien dieses Landes. Erzähl mir eine traurige Geschichte. Ah, fangen wir doch mal hier. Ich will das Unbekannte kennenlernen. Wo sollte ich suchen? Ein zerstörter Turm steht nahe Udgard, der einst ein Ort großer Zauberkunst war. Vielleicht findet sich dort noch immer etwas. Auf die Zauberkunst! Möge sie uns nie verlassen. Die Stimmen sind irgendwie voll merkwürdig, ne? Darauf trinke ich. Na perfekt. Ich wollte gerade sagen. Ich höre mir das an. Welche Tiere findet man hier in der Wildnis? Ich hörte von einem mächtigen Bären aus Eis und Stein, der bei einem gefrorenen See lebt. Genug geredet, trinken wir! Als ob ich jetzt bei jedem Dingsen saufen soll, Alter. Egal. Gibt ja nur noch eine Sache. Traurige Geschichte. Ah, webt mir eine betrübliche Geschichte. Einst jagte Thor die große Schlange Jürmungand an unsere Küste. Viele Schiffe sanken. Viele Jöttner ertranken. Suche einen einsamen Baum an der Küste und stelle dich unter. Ach, du wirst sehen. Trinken wir nun auf die Gefallenen. Let's go. Du siehst nicht gut aus. Bekommt ihr unser Ale nicht? Das ist eine Belastung. So, eine andere Frage im Chat. Als hätte mir ein Eber in den Mund geschissen. Wo bin ich? Ah, ist klar. Ich sollte herausfinden, was ich vom Ale benebelt trieb. Alter. Mein Geist ist leer. Ach, du Scheiße. Vielleicht hätte ich nicht immer trinken sollen. Egal. 10 Black Mama 10. Hi, weißt du, wie mein Aussehen... Wie ich mein Aussehen ändern kann? Auf was bezogen? Was für ein Aussehen? Von dem Charakter hier? Oder worum geht's hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Sturz besoffen. Alter. Boah. Was ist denn hier? Hm. Okay. Ich bin immer noch in diesem Gebäude. Äh. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Jo. Okay. Ich, äh. Scheißegal. Äh. Sorry und so. Vom Charakter. Ähm. Keine Ahnung. Also. Äh. Weiß ich nicht, wie man das ändern kann. Kann man das ändern? Ich dachte, in Assassin's Creed Valhalla kann man die Charaktere gar nicht ändern. Der hier sieht jetzt nur anders aus, weil das hier so ein Traum ist. So eine Zusatzmission in dem Spiel. Das ist jetzt hier nicht der Charakter von Ava, der ja männlich oder weiblich sein kann, sondern das ist jetzt hier Harvey, den wir spielen. Und der sieht halt so aus. Das ist kein... Ich hab den Charakter jetzt nicht angepasst oder so. Das ist eine Zusatzmission, die muss man, äh, bei... Bei dieser komischen Tränkefrau Valka muss man die... Aktivieren. Die Quest. Ne? Da ist, äh... Ist nichts mit Charakter in anderem. Du kannst, glaube ich, den Charakter im Laufe des Spiels zwischen männlich und weiblich äh, ändern lassen, glaube ich. Das funktioniert, aber... Äh, Charakter erstellen konnte man, glaube ich, nicht... Man kann's nur die Frisur ändern und die Haarfarbe. Halt ganz normal beim Friseur. In deiner Basis. Warte, wo waren die Punkte? Die waren weiter oben, ne? Ah. Ah, ich geh erstmal zur Mission. Erstmal zum Missionchen. Okay. Auch cool. Ich frag mich, wie die das echt hinkriegen. So viele, so große... Auch gar nicht mit so wenigen Details, ne? Also so eine Spielwelt zu bauen. So, wir haben aber auch den... Ich muss sehen, was du siehst. Guteinheim. 190 Stärke? Da stand 120, bevor ich hier reingegangen bin, Alter. Da ist ein Schlüssel tatsächlich. Den würde ich aber mal wahnsinnig gerne mitnehmen. Ah. Okay, ja. Vielleicht hier irgendwo. Also ich weiß nicht, was ich dir vorstellen, aber... Schlüssel. Hm, wo bist denn du? Da ist noch ein Schlüssel. Naja, so viel bräuch ich jetzt auch wieder. Ja, okay. Brauchst du nicht zufällig hier oben drauf, oder? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Baum? Okay, ich sollte aber trotzdem raufgehen, denke ich mal. Schlüssel ist aber immer noch über mir, ne? Alter. Zäh, zäh, zäh. Immer noch weiter oben, ne? Okay. Alles kein Thema. Äh, naja, da war gar kein Bock. K-kacke, Alter. Ach, Mann, Alter, was dann? Was denn dit hier? Warum muss ich hier hoch? Wer hat denn diesen Käse erfunden? Was siehst du? Weil, ich kletter doch da jetzt nicht alles hoch. Kann man dir aber sagen, vor allem geht es in der nächsten Folge weiter. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.